Warten, zack, den nächsten. Und in der Zeit, wo du in den Lumpen bist und keinem berühst, regeneriert er sich ja schon wieder, der Avatar. Ja toll, aber man muss ja erstmal auch da hinkommen, da drauf kommen. Ja, ich weiß. Ich hab da keinen Bock drauf, echt nicht. Alter. Du bist so ein Homo-Fürst, ey. Du bist so ein Wichser. Alter. Nee. Aber du bist weiter geflogen. Du hättest ja Glück haben können und fliegst voll auf die Kaktene irgendwo drauf, wo wir drauf müssen. Oder? Oder? Das stimmt. Also, hätt ich dir auch einen Vorteil erschaffen können. Hätt ich, warst du nicht. Aber du wärst ja sowieso runtergeflogen, also. Mh, der Schopfer hat's bei dem einmal geschafft. Klar. Nee. Was hättest du denn dann gesagt? Ja, tut mir leid. So. Warum will der nicht mehr von dem aus? Also. Ich hab's noch nie auf dem hier geschafft. Wo ich jetzt nebenstehe. Auf welchen? Ich hab's immer nur auf diesen geschafft und fast auf diesen. Auf den hab ich schon überall. Aber auf dem grob... Warte mal. Hä? Ey, guck mal kurz. Stimmt, das schafft man gar nicht. Das schafft man. Wo soll man denn da hinspringen? Hier? Ja, stimmt. Willst du ja mich verarschen? Das schafft man auch gar nicht. Nee. War vielleicht der Hebel? Ist hier ein Hebel? Nee, da ist ein Hebel. Nee, da ist ein Hebel. Sag mal. Ist die Wolle für... Weil... Ist die Wolle für irgendwas hier da? Für was denn? Ist man irgendwo... Aber nee, man kommt trotzdem auf den Teil nicht drauf. Was ist denn? Ist das, wenn man Wolle hier hin macht? Und von da auf da und dann da hoch? Könnte pass... Könnte gehen. Ich weiß zwar nicht, ob da cheat... Ich weiß nicht, ob da cheat nicht ist, aber... Hä? Ist da die Wolle hinmach? So. So. Kacke. Und dann musst du nur mal noch hochkommen da. Ja, warum soll das denn... Weil... Ganz ehrlich. Weißt du, ich zeige euch allen Leuten mal, die jetzt zugucken. So. Von hier. Wo soll man dann hier hinspringen? Zu dem? Never. Schafft man nicht, ey. Nee, das ist wirklich... Stimmt. Nee. Oh, ich hab's fast. Nein! Im letzten, ey. Ich schaff da nicht hoch. Oh, kack, die wandte an. Nein! Oh, nein, dann bin ich... Warum schlägst du mich immer runter? Ich schlag dich nicht. Ich mach hier gar nichts. Ich spring nur. Kacke. Ich muss mein Leben... Ich sag gar so aus, ey. Nee, ich muss mein Leben... Ich hab' die gute Seite gedrängt. Nee, ich muss mein Leben erstmal aufladen wieder. Kacke. Oh, fuck. Ja, ich hab's geschafft. Echt? Ja. Doppelsprung, den letzten... Also, wenn du jetzt auf den einen stehst, genau... Nee, Doppelsprung machen. Genauso wie bei dem anderen. Der will aber nichts machen. Welche im richtigen Moment vielleicht passen? Ich muss ich erstmal wieder Leben aufladen lassen. Nein! Ja, aber ohne Scheiß. Wenn du jetzt auf dem hier gewesen wärst, ne? So, ich steh jetzt mal auf dem drauf. Von wo willst du da? Das geht doch gar nicht. Ja. Oh, fuck, ey. Dann warte vielleicht da oben, wenn du's nicht anders kannst, mit Doppelsprung. Dass du vielleicht kurz wartest und dann halt den nächsten machst. Genau. Jetzt warten wir jetzt. Oh, knapp, ey. Das war wirklich knapp. Leben aufladen lassen. Boah, ey, dieses blöde Knack, Knack. Knack, Knack, Knack. Ach, scheiße, warum bin ich denn jetzt runtergeschoben? Wollte ich doch gar nicht. Na, Kakteen, die sind echt scheiße. Hoffen wir mal, dass die jetzt nicht nochmal kommen in dem... Äh, Adventure Map hier. Alter! Äh, ey. Äh. Äh. Ich hab's wie gesagt mit dem Dings geschafft, hier mit dem Doppelsprung. Ja, der macht ja hier gar... Hab ich's jetzt gemacht. Der macht ja hier gar keinen Sprung bei mir. Der macht ja hier nichts auf der Kakteen. Ja, der macht ja hier nichts auf der Kiste. Weil hier muss man in den richtigen Zeiten passen, wenn das Ding, tack, dann sofort, wenn es das, tack, kommt. Alter. Es gibt immer, wenn ich so sehe, jetzt deinen Körper, der ist rot, 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 dann sage normal, dann wieder rot, rot, rot. Zack, normal. Normal. Verstehst du? In dem Moment, da wo er normal ist, da musst du also das perfekt abkoordinieren, ey. Ich kann das nicht. Doch, du schaffst das. Ich glaube an dich. Mann, Alter. Das klack, 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 riecht einem irgendwann auf, ey. Ey, mir wird langsam schwinderlich auch schon, ey. Kacke, ey. Oh, dann springt der zu weit. Ich will anhalten. Shift-Ding nicht, ne? Doch, geht, aber der... Der, wenn ich versuche, ist halt, dass du erst mal auf den einen Block kommst und von dem dann im richtigen Moment nochmal abspringen. Ja! Alter, ich hab, warte, ich trinke jetzt irgendwas. Ja. Lass dir die Flasche doch offen, ey. Kannst doch immer was trinken. Boah, was ist das denn für ein Sprung hier? Hör, geschafft. Das war ja einfach, ey. Ey, wo müssen wir jetzt lang? Ach, hier. Ah. Level 18. There's a ladder on this. Boah, fuck, ey. Ich kann mich ein bisschen schwer zu verh müh'h'isch. Verühlkam im Pres Bolden schwer lucky.